Hallo Leute, da sind wir wieder und wir haben uns entschieden nach einer ausführlichen Diskussion mit sachlichen Argumenten, dass wir erst älter schnitzeln. Alter, guck dir mal die Energiekralle an. Komm, die müssen wir nehmen, oder? Alter, nein, aber dann haben wir keinen Bockanschläger für den Bock. Die Schiffe der Menschen haben große Narben in diese Welt geschlagen. Die sprechen gleich. Warte davon tief genug, um das begrabene Weltenschiff zu streifen. Wir, wir haben die Unendlichkeitsmatrix gefunden. Die Flammen sind sehr tief vorgedrungen und jeder Biodom, jeder, jeder Seelenstein. Es gibt hier nichts mehr zu tun. Alle sollen sich am Urportal-Knoten melden. Sobald wir ins Netz zurückgekehrt sind, werden wir den Kanal zum Weltenschiff einstürzen lassen. Und dieses Grab für die Ewigkeit verschließen. Ich weiß nicht, was ne Unähnlichkeitsmatrix ist, aber klingt nach Glitzer. Herr Ferre, Hirn! Hol da, Jungs! Das ist geil, was er sagt, oder, Rojo? Oder? Das ist geil, was er sagt, oder? Hast du das nicht gehört? Ich weiß nicht, was ne Unähnlichkeitsmatrix ist, aber klingt nach Glitzer. Ja. Also nehmen wir denn die Kralle, oder was? Nein. Da kommt, kommt die Kralle. Die kann nur Captain Blutfrack nehmen und Captain Blutfrack hat nen viel geileren Hammer. Nein, der Hammer ist scheiße. Der Hammer ist ja wohl heftig. Na. Hast du mal gesehen, was der an Schaden macht? Und der ist außerdem hier... Ja, das ist ne Kralle. Der Hammer ist nieder, macht nen übelsten Schaden und macht 40 Schaden für alle Feinde im Umfeld. Und außerdem hätten wir denn keine Bossanführer. Ah, das ist aber ne Energiekralle. Er hat so viel Schissen auf die Energiekralle. Das ist ne Energiekralle. Den Hammer, wenn... Wenn... Wenn Dings hier den Hammer nehmen könnte, wäre das ja okay, aber kann er ja nicht. Wer? Na hier, Steinpaus. Wieso? Sonst wäre das ja okay gewesen, aber so nicht. So hat er nen übelsten Überhammer. Kann ich den Steinforst nicht nehmen? Ne, ne? Ist nur für... Achso, ist ja das spezielle Ding. Hättet ihr bloß Steinforst gegeben. Dann hätte ich jetzt ne Energiekralle. Tja. Naja, egal. Mein Head setzt jetzt nicht richtig auf'm... Öhrchen. So. Öhrchen. Ihr... Ihr wagt es, dieses Grab zu schänden. Ihr armseligen, seelenlosen Wilden. Na gut. Wenn ihr unbedingt unsere Schreie hören wollt, dann werde ich euch mit dem Kreischen der Banshees zerfetzen. Kreischen der Banshees. Uuuh. Mein Volk, schlachtet diese Bestien ab. Lasst sie bluten und hackt sie in Stücke. Lass sie nicht in die Nähe des Portals oder des Knotens. Der Nagelherd. Na, da wollen wohl mit all der glänzenden Bits und Dings abhauen. Nun, Captain, dat is nicht nett. Und wir sind so weit gekommen, um dat zu stehlen. Wat soll wat tun? Nun, Herr Nagelherd. Ich würde sagen, schön, aber eklig natürlich. Freibusser! Wow! Wie er abgeht, oder? Komm, räuchert sie jetzt aus. Moment, ich mach mal nochmal Audio. Irgendwas passt mir noch nicht ganz. Komm, räuchert sie jetzt aus. Mal gucken. Ich würd's wahrscheinlich nochmal machen müssen, aber ich mach mal kurz. Komm, räuchert sie jetzt aus. Ja, ich werd's nochmal machen müssen. Gott, wie oft machst du das? Nein, ich, äh, irgendwie war die Sprache etwas leiser, aber die Geräusche sehr laut. Und das hab ich extrem hochgedreht, weißt? Räuchert sie jetzt aus, komm. Äh, vielleicht mach ich's noch einmal. Wir kriegen ihr Schüsse ab. Doch, einmal noch. Ja. Das muss, das ist eine Fein-Sensibilität-Einstellung, ja? Gott. Was? Gott, eine Fein-Sensibilität-Einstellung. Ist das euer? Und dich dich nicht morschen? Jetzt schau mal auf den Druck. Äh, äh, ärgern mich. Willst du aufrüsten, oder wird er was holen? Ich bin am Überlegen, oder wollen wir mit Massive-Einstellungen-Truppen-Einstellungen? Naja, dann werden sie matschen. Prost mal auf, so. Ein paar. Beschützt die War-Portale. Sie geben uns die Kraft, unsere Flucht zu beschleunigen. Wenn wir eins verlieren, wird das die Abreise ins Netz verlangsamen. Go, go, go. Kommt an, da älter benutzt das komische Teleporter, denkst du mal abhauen? Boah. Dann müssen wir sie morschen. Dann müssen wir sie morschen. Er ist hart drauf. Ich hab grad massiv viel Benches gekillt. Da kam mich aus der Ferne. Was? Ich hab hier wieder genau richtig in Teleportiert. Was ist die denn? Ach, ja, mittendrin da. Ja. Der Greifhack. Oh, Hack. Was machst du da? Ich steig dich an. Ja. Ich glaub, ich muss noch mal ein Audio machen. Jetzt hab ich's aber fast, Rocco. Guck mal, meine Punkten überlegen den Scheiß auch noch. Ich hab schon einmal Kampfsaft gemacht. Ja, und? Das Ding war verbundbar und nagelhörnade ist ein Schild. Trotzdem. Ich hab das gemacht. So, nachdem wir das jetzt gemacht haben, haben wir noch mal kurz... Ein wenig? Wie oft hast du schon aufgerüstet? Einmal. Erstmal. Gut, dann kannst du noch mal. Und dann mach ich. Elda, Tordingen zerknacken, genau. Wir sind beide erstmal Gesundheit. Du hast, wie sieh ich. Oh, damit kann man man machen. Noch da? Ja. Weil du da so rumstehst mit deinem Trupps. Geht klar, gleich. Aufsatz nagelhörnade hat halt genauso viel Gesundheit wie Spukungs. Gehört schon hier. Ist doch, ist doch ja, ey. Der braucht doch nicht so viel, oder? Der fehlt so viel zu viel, oder? Go, go, go. Go, go, go. Phantom-Lord. Kann doch gar nichts. Das ist mein, mein. Komm. Guck dir das mal an, wie der niedergemacht wurde. Siehst du, der hat Kuber, der macht nicht mal Schaden. Der wird voll weggemorgen. Oder hast du ihm, hast du ihm ein Schild gegeben? Kann ich aber auch noch machen. Der kriegt doch nicht mal Schaden. Guck dir das doch mal an. Ist ja albern. Der kriegt durch den Phantom-Lord keinen Schaden. Was ist hier denn? Große Hammer, hast du eh gesehen. Das wäre doch was für deinen anderen hier zu sehen. Weil der rennt noch mit nem Stufe 1 Hammer rum. Ich weiß. Das ist ja das Lustige. Die machen hier alles wieder mit Stufe 1. Warum machen die Banshees ihm keinen Schaden? Ich weiß nicht. Haben wir irgendeine Fähigkeit? Keine Ahnung. Eigentlich nicht. Weil wir leuchten irgendwie, oder? Guck mal, wir machen die. Wir kriegen gar keinen Schaden momentan. Oder? Warum? Kriegst du irgendwie Schaden? Aber warum? Was ist das? Entweder ist es ein Glitch, oder? Nee, das gibt ja schon ein bisschen Schaden, aber... Was ist dieses Runde? Mach... Das ist... Das ist nicht... Dein... Der Hammer? Nee, du machst doch diese komische Haube. Welche Haube? Die Rüstung erhöht von dem... Ach, du meinst die eine Rüstung, ne? Ja, nee. Dieses Spit-Ding, oder was das ist. Erhöht das mit Rüstung und Gesundheit im Umfeld und Gesundheit der Generation oder sowas. Weiß ich jetzt gar nicht. Hast du, wenn du getroffen wirst, glaube ich, ist das die Chance oder sowas. Weiß? Wenn du getroffen wirst. Ja, aber du... Ja, aber du... Ich will sich nicht mehr genau sehen. Ja, aber du... Ja, ja. Na, besser die... Auf jeden Fall ganz schön abartig. Das ist krass, ja. Ich wüsste gerade irgendwie vieler kommen Schaden und so, ne? Hm. Ja, ich weiß, wir noch ein paar Granaten. Das ist ja abartig. Sind wir jetzt ab? Hier sind wir jetzt? Das ist auf jeden Fall. Weiterverzögerung, guck mal, wir haben sieben Minuten Zeit jetzt schon. Wir bräuchten den letzten gar nicht mehr machen, glaube ich. Ich wollte nicht durch all das sterben. Da blöden Spitzohren. Ich spreng dich an. Das ist ja nicht auf den Weg, da müssen wir kaputt machen. Wir sind jetzt gleich da, wie es jetzt ist. Komm, Spukums, werf deine Sanat. Ich hab nicht, ich hab nicht genug Energie. Aber ich kann das hier machen. Schlechte Arte. Hey. Alter, guck mal, Spukums selbst kriegt kaum Schaden, oder? Ja, der geht ganz schön ab eigentlich. Das Ding ist echt limba. Was wir uns gerade geholt haben. Aber der hat ja auch die Rücken, ne alte Rücken von deinen nicht gekriegt. Von Steinfaust, glaube ich, war die. Ja, das Ding geht eigentlich auch ganz schön. Hat sie hier Borte geholt? Das reichen mich zurück? Das war Wahnsinn. Was? Was? Wie die abgehen jetzt? Achso, hier oben geht noch mal hin. Da muss ich hin. Wir kriegen hier Schüsse. Gehört schon mir. Weißt es nur noch nicht. Irgendwas hat doch nicht geschossen. Das ist doch uncool. Warum hast du die ganzen Kisten hier oben weg? Gehört schon mir. Ja. Scheiße. Vielen Dank.